Was die gemeinsame Obsorge betrifft, haben wir jetzt seit Jahren den glücklichen Umstand, dass die Eltern auch nach Trennung und Scheidung weiterhin die gemeinsame Obsorge tragen. Der frühere Regelfall, dass nur ein Elternteil das übernimmt, die Zeiten sind vorbei. Das, was in der Praxis dann oft Schwierigkeiten bereitet, ist die Festlegung des überwiegenden Aufenthaltes mit der Konsequenz von Kindesunterhaltszahlungen etc. Da hat es jetzt in den vergangenen Jahren eher die Dynamik gegeben, dass die gemeinsame Obsorge auch mit dem Wunsch kombiniert wurde, dann zahlt keiner mehr an Kindesunterhalt, weil wir uns beide eh kümmern. Da hat sich wiederum eine Entwicklung jetzt eingestellt, die ebenfalls wünschenswert ist, wo man nur bei den echten Dopplerresidenzen, also wo wirklich annähernd 50-50 die Kinder zeitlich betreut werden, man davon ausgeht, dass ein überwiegender Aufenthalt gegeben ist, wenn also eine ungleiche Betreuungskontinuität vor ist, eindeutig schon bei 60-40 und darüber hinaus und dann zahlt eben derjenige, der die Kinder weniger betreut.